Meine Mutter war schön, innerlich und äußerlich, aber jetzt ist sie weg. Was soll es jetzt noch Schönes geben auf der Welt? Leere Straßen, Isolation, soweit das Auge reicht. Man kennt seine Nachbarn nicht, nicht seine Familie und schon gar nicht sich selbst. Ich wünschte, sie wäre da. Sie war echt. Keine von diesen schlafwandelnden Marionetten. Schmerzen. Immer wieder Schmerzen. Ich vermisse sie. Schmerzen. Sie lassen mich das Leben spüren. Ich nehme die Rasierklinge und beginne zu leben. Schnitt für Schnitt. Das Blut läuft. Das Blut läuft. Halt, halt, halt. Ja, ja, das ist gut. Ja, ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020